Hallo Evin! Wie geht´s dir Evin? Was sagst du von unserem Stau, Bruder? Scheiß ekelhaft. Was hältst du von unserem Stau? Hä? Aber zeig mich, wie du spürst. Bruder, mal streamen, Bruder! Content, Bruder! Abibi, la content! Machst du kein Live-Club, ne? Was hältst du davon, von diesem Stau vor, Bruder? Ich brauche nur Toilette. Nur Toilette? Ja, kann ich stehen hier. Soll ich ein bisschen vorne laufen? Was sagst du, Evin? Nur drei Tage frei? Ja, Bruder, musst du mir in zwei Stunden haben, sich scheiße... Ja, Bruder, genießen, Bruder! Egal, Bruder! Hauptsache frei! Besser als AFM machen, oder? Was viel laufen, ja, Bruder! Ich connect my radio, I put my vest together, I sign into my Kindle, have a quick stretch, before heading out onto the floor. As an amnesty responder, I ensure that... So, ihr Lieben! Wir machen unsere erste Pause. Wir sind auf dem Rastplatz. Wir haben einen halben Weg jetzt hinter uns. Alle mal gepinkelt. Wie ist der Fahrer? Perfekt! Gute Fahrer! Sagst du noch zu meinem Bruder? Was geht, meiner Leute? Alles gut? Ich hab' das nicht gesehen, Bruder, aber ich hab' ihn von da nach da, nach da, nach da, nach da... Wie uittreizt den Schengoku? Oh, nein! Man konnte nicht reden! Evin ist grün und blau geschlagen, ohne zu merken! Stopp! Boah, ja... Aber Evin hat lange Beine, Bruder! Pass auf, ja! Der hat drei Beine, Bruder! Evin ist grün! Evin ist grün! Hat man sich schonmal mit einer Giraffe verglichen? So ihr Lieben, wir fahren jetzt weiter. Für euch sitzt das nur eine Sekunde. Für uns ist das noch anderthalb Stunden Weg. Wir sehen uns gleich! So ihr Lieben, endlich im Winterberg angekommen. Zeigen wir euch unsere Wohnung. Unser Airbnb. Airbnb. Schön groß, schön geräumig. Jetzt Jugendherberge mäßig. Mäßig, Jugendherberge mäßig. Amino schläft oben und seine langen Giraffenbeine. Ja! Bruder, schon dabei. Am vorbereiten. Chef kocht. Wollt ihr euch was machen? Was machst du da direkt wieder süchtig? Sind da noch? Ja! Direkt auf YouTube, Bruder. Direkt am supporten, ne? Direkt hochladen, direkt zu holen. Bruder, dann bist du da, Jani? Sind immer noch? Hast du Hunger, Jani von Reise, Bruder? Bruder, ja. Aber guck, Bruder. Wir haben vier Stunden gebraucht. Und sind immer noch, Bruder, ein Stein, Bruder. Qualität, Bruder. Was soll ich dir sagen? Qualität vom Gefrier drüber, Bruder. Jo, Jo! Bradest du Hilfe, mein Lieber? Ne, 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 ne? Ne, ne, ne? Wow, Allah, guck, was für ein Support. Was für ein Coopiloon! Machst du keine Fehler, Abba! Ey Allah, Bruder! Sag mal was wird dir? Gibt's dir gut? Nein, nein, nein. Warum machst du das? Es ist besser. Mach, 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 mach! Wir haben aber nicht viel Zeit, Leute. Ja, ja, wir kommen, wir kommen. Ihr seid ihr gemütlich, mich merke ich auch. Bleib mal! Was? 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 Warte! Gesundheit! Dankeschön! Dankeschön! Was? Ist das Amin Geyer? Bestes Mann! Bestes Mann im Weltall! Machst du Werbung für diese oder was? Ja, Mann. Ich meine nur auf Publicität. Hast du mal einer gesagt, dass du so aussiehst wie Eki? Wie wer? Wie Eki. Kennst du Eki? Ich weiß nicht, wie der in Spanisch heißt. Der von One Piece. Die Giraffe. Wie heißt der in Spanisch? Boah, ich weiß nicht. Weißt du wer, ne? Ja, ja. Die sind bei CP9. Wie heißt der? Carlos? Nein. Wie heißt der? Wie heißt der? Das! Ihr Name, mein Freund? Fernando. Und hier? Carlos. Okay? González. Oh, Herr. Ich weiß nicht, wie soll ich jetzt gucken oder was? Ist da Carlos? Niemals. Ich weiß nicht. Was ist das? 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 Oh. So ihr Leben. Schön gegessen. Mein Bruder hat brachiale Burger gemacht. Brachial. Masha Allah. Ich kisse sein Auge. Und jetzt geht's ab zum Karten. Wir sehen uns gleich. So ihr Leben. Angekommen. Beim Karting. Boah, Wallah. Was für ein Baba Einstieg. Uff. Was für ein Baba Einstieg. Es geht los. So ihr Leben. Ich hab bezahlt. Ich hab jetzt bekommen. Storbenhauben sind da. Die Jungen sind in der Welt. Okay. Ready. Rino. Fuat. Ja. Flo. Jo. Bereit oder was? Ready, steady, go. So mal schauen wer gewinnen wird ihr Lieben. Was denkt ihr denn wer ihr? Auf wen tippt ihr wer gewinnen wird? Also ich tippe ganz klar auf mich selber. Es kann sein dass Langbein gewinnen. Dann muss ich uns erklären. Fuat was sagst du? Erstmal Karting. Wie war's? Ich hab jetzt geträgt. Wie heißt das? Wolle. Dreimal andere. Jetzt diese Runde ist final. Okay. Inshallah herr. Was war das hast du gegen mich gefahren? Zweimal. Bruder der war's. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Karting ganz klar verloren. Zweimal. Dreimal. Unteinander. Ich gratuliere Eming. Alles Gute. Mit Wunsch. Zum ersten Platz. Wie fühlt man sich nach Karting? Perfekt. Oh nein. Habe ich richtig Spaß. Es ist warm ne? Diese Runde. Ich war letzte. Scheiße. Ich war davor zweimal letzter Bruder. Genau. Ja. Moin ihr Lieben. Wir sind gerade zurück. Vom Karten. Vom Karten. Ähm. Bisschen Kicker gezockt noch. Das konnten wir uns alles nicht zeigen. Da gab es ein bisschen Probleme mit dem Typ. Der wollte nicht, dass wir aufnehmen. Wir sind alle fix. Und alle. Machen wir uns jetzt ein paar Burgers. Hör mal Irgends weh hier. Hör mal. Hör mal. Hör mal. Hör mal. Bruder ist fix und fertig. Er ist schon seit 8 Uhr. Weiß ich nicht so viel wach. Und. Was geht? Ist fix. Und alle hat Muskelkarten. Ah. Alles tut weh. Alles tut weh. Das will Abend ein bisschen ausklinken. Ne? Dann schlafen wir auf dem Doppelbett wegen der Jugend der Berge. Genau. Morgen geht es weiter mit Skifahren, Snowboard. Mit allem drum und dran. Wir halten euch auf dem Laufenden. So. Wenn dich die Mutter. So. Wir halten euch auf dem amortenden.